Weißt du, beim letzten mal haben wir es auf dem ersten Versuch geschafft. Ja ich schneid die anderen Versuche eh raus. Ich meine, wird wär an der Sinn da, uns fünfmal failen zu sehen. Geh so auf war's jetzt noch nicht, aber trotzdem. Ach warum folgen wir denn immer die Bots, ich möchte auch mal mit Menschen zusammen irgendwas machen können. Nächstes Mal muss ich mit den Kack-Bots irgendwo hinrennen und dann sterbe ich immer, ist doch wirklich so. Ja da bleib einfach bei uns. Ja toll was bringt er sonst? Und zwing dich an jemand alleine rumzurennen. Und irgendein Hurensohn hat alle die Verbandkästen genommen ey, jetzt konnte ich mich nicht mehr halten. Da unten hat's ja noch. Die Hauptsache ist, dass alle mitkommen. Was der Bost-Vordang vor mir hat ey, ich schiebe mir das Wichser. Folg mir einfach nicht mehr, du bist scheiße. Weg. Ja ne Kettensäge, da hat ne Kettensäge. Meine Kettensäge. Ne, der benutzt die da auch nicht mal. Was der Scheiße ist. Ja. Ich geh nicht mal hinten. Ja ok, stimmt. Lass die Schweren zuerst machen. Eine Fresse ey, mal werd ich. War in Deutschland schon wieder. Boah, geh weg. Boah, geh weg. Boah, ich hab grad... hat er grad irgendein kleines Standbild? Ein paar kleine Wuppklappen. Ja, so geht's mir oft. LOL. Na gut, am Anfang. Und dann fahren wir jetzt auf. Die aufnehmen aber doch mal. Boah, okay, ich nehm mal ne andere Waffe. Ich darf schon ein schönes Gang sagen. Oh, was glippt da hier rum? Warte, der AK ist schwul. Man ist gar... Aua, 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 Aua. Ich hab... Ich hab voll auf Alice gefahren. Mano? Ja? Da hinten? Äh, ich nehm den Defi mit. Dein, denk, denk, denk! Und jetzt. Geisee. Wie soll ich denn rospringen? Ja, da vorne. Ähhh, wo ist es vielleicht... Wo ich rumspuckt. Ist doch wischt. Hauptsache wir haben den Tank Hallo Kotonoha Upsala das wollte ich gar nicht Das nehmen wir wenigstens alle Kommt mal einer mit Wo bist du? Wollen wir mal die Dinger hier Oh Schnapp Ich bin auch klar du Scheiße Ja ist ja eine Stopp Sache Oh ging ja schnell genug Lass schnell da reinrennen Da drin kann man sich gut verteidigen Oh was klebst du mich mit dem Arsch Na ja Schreibt mir Elise immer noch Ja der war gerade beim Mion Damit war ich noch nicht glücklich Aber jetzt muss ich schnell hier raus Was Hast du alle Ja Oh Gott da ist ein Tank Fuck ich kann dir nicht helfen da ist ein Tank vor mir Oh fuck Oh fuck Aua jetzt hat er mich gehauen Äh ich Äh hier ist noch einer Ja Ah nix Nein nein Verdammt Boah wie ein Tank Ganze äh Den 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 Tank bin ich gar nicht mal gut vor Er ist fast tot ne Er ist tot Komm zu uns Ja glaube ich Puck mal Das ist krank uncool Mh Nein ich werd sterben Ja da konnte ich jetzt auch nicht mal rein rennen Nee hier sind vier wo sind die restlichen zwei da hinten ja ich bin ja da oben läuft ein jockey alles macht was wenn das wird auch der zudel ist auch vermannt erwischt der perfekte der spiel lkw nicht ja ich lebe so ein bisschen noch sorry nein 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 ich brauche heal wir müssen das jetzt mal schnell beenden da hinten sind die restlichen drei jeder einzelnen ab durch die mitte einfach ja ich muss so kurz zielen wartet auf mich bin gleich da es wackelt echt da drin hat irgendwo gewackelt ja ich hab den letzten muttern schnell ja ich komm schnell schnell ah perfekt komm stell dich zu uns komm du da komm das war eine geburt ja und alles müssen wir müssen wir leider zurücklassen egal ja der hunter steht da einfach ganz gemütlich wartet auf die nächste wartet auf die nächste oh armer Alice oh du gedenken an Alice überlebende weißt du überlebende Alice boah jetzt kommen unsere spielerstatistiken halt gott weiß wir haben gestern nicht einmal 30 minuten gebraucht die Reihe schau mal naja weiß wir sind halt auch wirklich gestorben boah guck mal ob die außergericht war wie viel Verbandszeug danke wir zwei waren echt voll die Kacklappen kann das sein ja wir waren einfach nur stürmisch ja guck mal auf habe ich viele hunter gekillt ich boome und charger und jockeys und splitter what the fuck warum hast du nur 30 ja weil ich diskonente da achso naja logisch ich dachte schon guck mal wieviel Schaden mir liegt da ha 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 ja aber wie schon gesagt weil die war auch ja ich weiß er war diskodex doch weil der Alice dann auch dazu kam ja der Alice hat einen Einbott drin oh man sehr witzig sehr witzig die Runde ach 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 ach